heute mein kraft ja hallo liebe freunde herzlich willkommen zurück zu unserem let's fail minecraft together hier ist wieder der schulze und natürlich heute wieder mit von der partie ist der tazern wir haben wie schon letztes mal angekündigt jetzt mal einfach eine neue welt angefangen richtig die haben wir gerade eben erstellen lassen wir haben noch keine ahnung was es hier gibt wir haben bisher nur gesehen wir sind hier im wald rausgekommen und hier drüben sieht es nach sumpf aus mehr wissen wir auch noch nicht alles klar weißt du was wir machen was denn wir bauen uns ein haus wir bauen uns ein haus ja ich hacke mal da so ein paar bäume um ja gut ich gehe mal hier rüber nach helles holz ach so was wir vielleicht gleich am anfang sagen wir nehmen diesmal nur aus meiner sicht auf und nicht aus beiden weil das extrem viel arbeit macht hinterher die videos zusammenzuschneiden und da wir noch kein geld kriegen für videos machen uns die arbeit einfach mehr unsere fans die geben uns ja kein geld richtig alles geist kragen kriegen kragumse ja es wird schon dunkel kann es sein ja ich habe keine ahnung sieht fast so aus wie war wie wie was wie aber eigentlich kann es nicht nein das wird ja noch nicht dunkel erzählt auch nichts natürlich sicher ja guck doch mal ja ich sehe nichts ich guck gerade den baum an ja ich habe doch gerade gemerkt dass es dunkler geworden ja bei mir auch aber guck mal guck mal so wo bist du denn ja ja okay ich sehe ist alles klar dann sollten wir uns einfach hier eingraben nein wir graben uns nicht ein ja was denn dann wie viel holz ausgebaut ja hast du genug um ein haus zu bauen weiß ich nicht ich habe elf zwölf ich habe elf jetzt auch sein und bauen einfach eine holzdecke drüber wo bist du jetzt ich bin hier wieder am holz erbauen ich komme gleich zu dir wenn du noch da bist wo du eben schon warst okay ja dann würde ich mal sagen hier und am baum und am baum und am baum alles klar dann baue ich mal ein bisschen holz und machen crafting table draus und dann stelle ich den mal einfach weiß ich nicht wo stelle ich ihn hin hier ja wir bauen uns einfach nur mal eine kleine hütte ja für den anfang halt ich baue mal hier oben solch aus holz bauen ja oder jetzt haben wir wieder verschiedenfarbiges holz ja machen wir wieder zweifarbige hütte hier kommt die tür zum beispiel hin ich baue eine tür aber das holz reicht also ich habe noch 38 ich habe noch 42 ja dann lang das doch 42 die antwort auf alles aber da hört voll wie du auf deinen tasten rumhackst man hört es aber richtig krass ich habe doch extra die super silence microsoft tastatur ja gut das problem ist dein mikrofon steht auf dem tisch wenn du steht wenn du auf dem tisch steht auch deine tastatur und das heißt wenn du drauf tippst wird man ja es steht halt auch direkt neben der tastatur ja eben da hört man das ziemlich krass so ich brauche eine decke drauf und fertig erwarte ich brauche ich hier so einen anfang für eine decke und dann hast du eigentlich hier monster an und so ich habe sie zumindest aber sonst nichts dran verändert ich habe nur eine neue map gemacht ja gut dann soll theoretisch monster rum gabern können tun so machen so wir sind ganz ordentlich so jetzt ist ja alles dicht jetzt haben wir nur keinen fackeln um irgendwie hell zu machen ja dann würde ich sagen gehen wir mal raus und gucken wir mal wenn was wenn was mieses kommt rennen wir wieder zurück wie kleine mädchen ja genau ich wollen wir mal hier stickies weiß nicht so jetzt habe ich noch zwei holz jetzt kann ich mir nicht meine hacke bauen ich schlaumeister ist da irgendwas vor der tür gewesen eben da also draußen ist was oder habe ich mir das gerade eigentlich da ist ein hühnchen höre ich ich nicht aber ich dachte ich hätte was gesehen was ändern ich gehe raus es ist ein hühnchen ich höre ich folge dich hast du dir ein schwert oder so gemacht nö ich habe gar nichts ich habe meine faust gut alles klar dann wechsle ich auch mal auf die faust da guck das wasser das ist doch schon mal schön wasser als klar sand auch schon mal praktisch ja hier geht der wald weiter da oben rennt ruhig schön skelett hilfe ich hänge wir sind überall hündchen das ein ei au ha 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 kriegt das schon wieder auf den sack skelett komm her nein du kannst es nicht so töten mit der hand laufe ich einfach weg ja genau rennt kommt zu mir tollen auf den berg denkt man nichts böses und kriegt gleich voll auf die fresse das ist ja mal wieder super ich bin übrigens zur abwechslung nicht mehr krank so wie letztes mal ja hat man nicht gehört hat man ich finde das hat man schon gehört nur einmal wurde die nase geputzt ja gut okay aber hier ist doch auch was eine scheiß idee man da ist ein skelett lass mal lieber ins haus gehen da sind sogar zwei alles klar rennt ich rennt ja schon und du kriegst voll auf den sack und ich bin gleich tot bald irgendwie wenn es so weitergehen und ich habe keine ahnung wo wir hin müssen ja warte drin rennen da das hat ja super angefangen hast du irgendwas interessantes gehabt holz ja ein bisschen holz hat so spinne hier ist das wasserloch da oben ist eine spinne und dann müssen wir doch hier irgendwo aber auch jetzt stirb 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 hier ist sogar ein enderman direkt am haus gelett zombie vom haus haha ich habe einen spinnenfaden und xp ah der zombie macht die tür kaputt ja ich will durch die tür und da ist der zombie im weg warte ich baue mir ich baue mir ein schwert ah jetzt ist er drin ich habe die tür vor der nase zugemacht warte schwert schwert alter so ok ja eigentlich war gut weiß ich nicht für alle die crime maincraft spielen nachts nicht rausgehen da kommen monster kannst du mir ein bisschen holz geben bitte ich habe ja hier kannst du haben dank wow ja mehr habe ich nicht so gut egal dann warten wir jetzt irgendwie können wir was sinnvolles machen wir uns draußen wir buddeln und wir buddeln uns hier in die erde würde ich sagen du hast eigentlich keine schlechte idee ist dumm ist ich kann mir noch eine schaufel bauen ja macht das ich kann mir keine schaufel bauen warte ich mache erst mal eine komplette erdschicht weg damit von holzboden rein machen können dann später alles klar also für die optik ja ist klar damit ich sagen hier in der ecke gehen wir mal runter wir haben übrigens auch keine fackeln ja das ist ein bisschen doof wenn wir uns jetzt darunter graben wir haben auch keine spitzhacke das heißt am steine ist schluss das ist auch wieder wahr sag bescheid wenn du gefunden hast okay ich sehe schon hab schon gefunden yo gut da ja ne und so was machst du so der wahnsinn sonst ne weiß ich nicht nicht wirklich was ah ich hab die tür kaputt gemacht mach sie wieder hin mach sie wieder hin kack buhen ja ich habe gedacht wenn man drunter abbaut dann aber die geht ja kaputt ja die geht kaputt das ist aber glaube ich auch relativ neu früher ist er glaube ich einfach da geblieben ja ich bin ja so toll ich habe auch nicht mehr genug essenspunkte dass mein leben sich wieder auflädt jetzt aber mir auch nicht mit viereinhalb herzen rum ja toll und so wird es draußen hell gerade oder täuscht es weiß ich nicht ich sehe ich sehe nix wir haben keine stufe hier vor der tür könnte sein könnte sein könnte fast so sein da draußen gammelt aber noch irgendwas böses rum also ich gehe jetzt nicht raus da ist nämlich was ist denn da hinten ein skelett ja gib mir mal die schaufel willst du die schaufel haben hier dann gib mir mal die da schaufel danke dann rob ich hier würde ich sagen mache ich hier einfach mal damit wir was zu tun haben mache ich einfach mal hier die komplette erde weg und wir wir machen dann hier oben aus holz ne eingangs etage rein und bauen uns nach unten drunter da können wir dann auch irgendwie kisten zur not dann hinstellen und so auch ja ein keller quasi der richtigen keller und dann können wir uns ja von da aus nach unten graben wenn wir lustig sind oder wir gehen halt irgendwo anders hin ist ja auch egal wir haben ja dann die freie auswahl jetzt draußen wieder hell ist und wir uns ein bisschen ausstatten können ja ich habe ein ei und acht stickys mehr habe ich nicht sehr schön ja ich halte wache es ist aber immer noch nicht heller draußen skelett und noch eins also wenn die brennen dann wissen wir bescheid ja gut da sind ja viele bäume draußen ich würde mich nicht darauf verlassen dass die so schnell brennen was können wir denn noch schönes erzählen ich habe ein neues mikro ja stimmt also dein altes das heißt ich müsste mich jetzt ein bisschen besser anhören ja gefühlt gefühlt für mich finde ich hörst du dich mehr an der realität an wie mit dem anderen mikrofon ja ist doch sehr schön das ist gut ja und ja wir nehmen nur einzeln auf aber das haben wir vorhin schon gesagt das haben wir vorhin schon gesagt ja und ansonsten die neue welt haben wir auch schon gesagt und es sind wieder wir beide ja das haben wir auch schon gesagt die die meister die meister des fachs